Ach nee, ich habe ja gar nicht Fächern drin. Mist, jetzt habe ich... Du hast nichts mit durch Fächern. Nee, dafür hat mir Bunkte ja glaube ich nicht mal gereicht. Naja, passt trotzdem. Willst du ein Kalt machen? Ich habe ein Messer. Ich hole ein Clou. Kann man ja durchrennen? Nee. So, wo gehen wir hin? Ashkrieg Segelwerk Süden. Ich weiß halt nicht, von woher jetzt Jäger kommen können. Keine Ahnung, kann man merken. Hm. Okay, da drüben. Mhm. Mhm. Aber hier können welche sein, da waren wir ja vorhin auch. Mhm. Das stimmt. Ich kann den Sound noch ein bisschen lauter machen. Mhm. Oh, hier sind Rasen. Mhm. 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 Ich steche die halt ab, du kannst einen Clou nehmen, oder? Mhm. Na gut, nehme ich ihn. Das ging schneller, wie gedacht. Ja. Oh, da war Hühner. Hier drüben sind Hühner aktiv. Ja. Hast du einen schreien gehört? Nö. Wäre auch erstmal nix. Irgendwas hieß da drüben, ja. Das war eine Ecke weiter weg. Das Sägewerk gibt es ja noch einen. Wir gehen jetzt zur Kirche. Oho. Oh ja. Komm mal. Komm mal. Ja. Da zieht es uns hin. Ja. Das ist ein bisschen Silk. Ja. Da wollen wir mitmischen. Wahrscheinlich ist alles vorbei. Ja. Ah, das ist die Kirche. Da wollten wir ja eh hin. Ja. Oh, Angriff. Die haben irgendwas. Ja. Ja. Ei. Erstickungsbombe hin. Also die haben eine Schrotflinte, nicht zu nahe kommen. Die haben sie auch. Erstickungsbombe hingeworfen. So was rennen, ja, aber... Ich weiß noch nicht, wo. Ich könnte Bienen rüberschmeißen. Soll ich mal? Ja. Das war gut. Ablenkung, Verwirrung. Einer ist im Arsch. Oben. Einen Hit hat er. Vor dem Turm oben. Okay. Ja. Ah, ich habe keine Brandflaschen mit. Ich gucke mal schnell, ob ich eine Fackel finde. Natürlich, wenn du eine brauchst, ist wieder keine da. Ja. 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 Ich habe Nummer 2. Du müsstest mal zu mir kommen, bei mir ist noch einer. Hier liegen zwei rum, oh alter. Ich bin inne. Was, du bist drin? Ja, ich bin inne. In der Kirche? Ja, ja. Also vor der Kirche noch, aber im Gelände. Ich weiß nicht, ob der noch im Turm ist, oder? Glaube ich nicht. In der Falle ist er hier drin noch. So war das Rennen. Boah, da ist er. Da hinten. Warte, beschäftige die Brüder. Nein! Klappen. Okay, da ist noch einer, da ist noch einer. Bei dem musst du vorsichtig sein. Hat nicht. Okay. Leg ihn um den Hund. Heile dich erst mal, heile dich erst mal. Auch zu lange. Sehr schön. Jetzt heile dich, heile dich. Da kommt er nicht lang, weil da brennt's. Sehr gut. Ui, 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 ui. Nicht getroffen, schade. Ja, aber gut. Ach. Den Idioten. Aber das war schon Black Ops. Das war gut. Silent, das war Pech, ja. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, oder, Play? Oh. Ja. Ja. Wir können zumindest mithalten. Ja. Und das reicht ja erst mal. Ich hätte gern noch... Die Runde war jetzt geil gewesen. Bisschen Kohle rausgeschleift.